Jo Leute, was geht ab? Fluss, ihr habt am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 1 vs. 1. Ja, wir sind in Gold 2, sind gerade in der Pick- und Bann-Phase. Ich muss meinen letzten Bann machen. Wie wollte ich denn jetzt nochmal spielen? Ich glaube, ich bann mal Loki. Ich bann mal Loki, oder? Loki ist scheiße. Ah, ich bann mal Loki. Nachdem ich hier letztes Mal Artemis gespielt habe, eine Jägerin. Wollen wir doch... Ah, ich wollte Zoll auch bann. Verdammte Axt. Wollen wir jetzt mal wieder ein Mage spielen? Ich glaube, ich spiele mal Vulcan. Habe ich noch nie in 1 vs. 1 gespielt. Kali, alles klar. Obi Kali ist am Start. Ich spiele Vulcan. Habe ich wirklich... Ja, in 1 vs. 1 noch nie gespielt. Auch wie eine Premiere für mich. Aber ich stelle nämlich ja gerne solcher Herausforderungen. Alles klar, eine 10er Kali. Mit dicken Skin am Start. Da freuen wir uns doch alle. Da sind wir alle wieder gut drauf. Die Frage der Fragen ist jetzt für mich... Wie starte ich? Ich starte Pott. Machen wir das? Machen wir. So. Was hole ich mir? Sprint gegen die Gute? Ich glaube, ich hole mir einen Sprint. Falls die mir mal hinterher rennt. Das wollen wir doch alle nicht. Denke ich mal. Ja, Kali. Okay, Kali. Ich hätte mir auch Beats holen können gegen den Stun. Aber... Macht natürlich keinen Sinn. Boom. Alles klar. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal gut an. Nein, das ist nicht getroffen. Nicht so schön. Oh, das hat aber getroffen. Umso mehr. Umso härter, sag ich mal. Ja, schöne bis zum Dingspushen. Schön bis zum... Bis zum geht nicht mehr. Wow. Alles klar. Das war gut. Das geht gut los. Yeah. Geil. Ich freue mich. Äh... Zweier Bugs. Okay. Geil. First Blood Kali. Oh, die hat Pott gestartet. Ich auch. Geil. Meine Pott ist weg. Sie hat ihre noch. So lobt man sich das doch gerne hier. Macht die den Red Buff noch? Nein, macht sie nicht. Mein Sprint ist übrigens auch down. Man muss jetzt immer ein bisschen aufpassen, natürlich, ne? Sie kommt jetzt natürlich... Ich will jetzt natürlich reinkommen, nicht stunnen und dann das machen. Genau das, meine ich. Ja, das wird ein lustiges Spiel, Freunde. Das wird... Das kann ich jetzt schon sagen. Das wird spaßig. Spannung, Spiel und Spaß. Nein. Boah, krass. Oh Gott, 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 oh Gott. Das wird lustig, Freunde. Das wird richtig lustig. Alter, Billy. Das wird spaßig. Macht sie mir im Lurfen? Nein, macht sie nicht. Okay. Okay. Kommt sie jetzt mal hier. Anscheinend nicht, okay. Jo, jetzt muss ich übelste Sorte defensiv spielen. Ähm. Wie ich es besser nicht sagen kann. Aber sonst kommt die gleich einfach rein und tötet mich. Ah, hier den Red Buff hat sie gemacht, okay. Wo ist die Gute? Aber ich hab meinen Sprint wieder ab. Alter Schwier. Alter Schwierder. Und schnell zurück. Ganz schnell zurück. Defensiv, physisch, das hier. Aber sowas von auf jeden. So, ich musste noch schnell die Wave clean. Ja, und ich muss erst mal warten, bis ihre Port abgelaufen ist. Das wird so bei sechs Minuten sein. Vorher wird da erst mal gar nichts gehen. Oh, das war wichtig. Das war wichtig, Freunde. Da haben wir es wieder. Oh, Mann, ey. Was ist nun falsch mit mir? So. Ja, genau. Der ist gemacht. Das wusste ich natürlich. Schnell zurück mit mir. Mein Gott, ey. Ich mach aber immer ne Scheiße hier. Hab ich das Glück gehabt, dass ich ein bisschen greedy war. Und, äh, ja. Da man mich diven wollte. Das war natürlich nicht so gut. Ihre Port ist jetzt weg. Gut, meiner auch. Das wissen wir alle. So. Meine finestre creation. So. So. Nein. Boah, wie viel Leben die dadurch immer kriege ich. Ich kriege zu viel. Ah, Mann, ey. Warum ist das alles so gemein? Ich muss defensiver spielen. Ich muss einfach defensiver spielen, Freunde. Das geht so nicht. Es geht einfach so nicht. Jetzt kann die den Red Buff wieder machen. Das ist doch zum Mäusemelden. Komm her. Oh, Mann. Ich darf auf jeden Fall nicht zulassen, dass sie diesen fetten Buff macht. Aber ich glaube, das kann sie jetzt auch noch nicht. Und davon ist er. Das hat sich nicht den Holt. Queen Size. Ich gehe aber leider nicht auf Leben, meine Dame. Ich zähle den Red Buff. Oh, das hat nicht getroffen. Schade. Schade Schokolade. Nein. Ey, die musst du nicht mal Ultia machen. Die diften mich einfach so krass weg. Oh, was tue ich denn jetzt mal? Leben. Ich brauche Leben. Auch wenn sie sich was gegen Leben geholt hat. Aber ich brauche Gesundheit. Ich brauche hier einfach das. Die Äpfel. Oh, Mann, ey. Das ärgert mich so maximal, dass ich da am Anfang so doof gestorben bin. Jetzt eine gefielte Kalia. Das ist nicht lustig, Freunde. Das ist wirklich nicht lustig. Oh, Mann, ey, 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 ey. Ich kriege den Red Buff noch gemacht. Ist er nur da? Er ist nicht da. Okay. Das heißt für mich back. Kann ich die slowen? Mit dem Juwel der Isolierung vielleicht? Ich glaube, das ist das Einzige, dass ich die von mir irgendwie abhalten kann. Mit dem Slow. Das ist jetzt vielleicht nochmal eine Idee. Die hat nämlich jetzt schon ihre Fatales fertig. und ein Sprint. Ja, aber ihr Sprint ist down und ein Ulti ist auch down von hier. Na, komm ruhig ran. Komm ruhig ran. Oh, der Red Buff ist da. Ah, ne, hab ich leider nicht gekriegt. Schade. Schade. Das läuft bei mir. Fluch wäre vielleicht jetzt so nice. Ach, Freunde, das gibt's doch nicht hier. Mein zweites Spiel in Dings und Bums und... Okay, sie holt sich jetzt Death. Das heißt, ich brauch Penetration. Elevation. Aber ich hab sie auch schon zweimal gekillt. Das muss man... Muss man mir auch mal zugute halten. Was? Hier geht aber auch noch drauf, wollte ich grad sagen. So jetzt aber auch nicht. Das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja? Was soll ich dazu sagen? Leucht bei mir. Ich brauch mal zwei Wards hier. Nicht, dass sie... Oh, das war stark. Nicht, dass sie hier gleich diesen fetten Buff macht. Ohne mir Bescheid zu sagen. Deswegen Warden war da jetzt mal ganz frech. Wahrscheinlich chillt sie hier schon. Oh, da ist sie. Oh, 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 oh. Der hat ihn von ihrem Stun nicht treffen lassen. Das wäre... Yes. Ganz wichtiger Kill. Ganz wichtiger Kill. So, was würde ich mir jetzt noch? Das. Das, das, das. Ganz wichtiger Kill, Freunde. Habt ihr gehört? Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ist der Red Buff up, ne, ne? Ich komme wieder. Ich komme immer wieder. Ich bin wie so eine kleine Made. Alles gleich in kurz. Oh, das war stark. Oh, war wieder gut gemacht. Einfach gut gemacht von mir. Oh, Mann. Oh, sie geht da hin. Nice. Gut zu wissen. Thanks, mate. Das ist die Wende, Freunde. Das ist die Wende. Das muss die Wende sein. Schnell den Tower kaputt machen. 10 Sekunden ist sie noch tot. Ah, Scheiße, kriege ich nicht dauernd. Aber ist egal. Ich möchte mal behaupten, das ist die Wende. Jetzt ist sie wieder da. Okay, ich muss weg. Ciao. See you. See you later, Alligator. So, schnell weg. Oh, Gott. Was soll ich mir denn noch? Ich muss mir irgendwas Death-mäßiges machen. Physisch. Das hier ist gut. Das ist sehr gut. Puh. Freunde, ich bin wieder back im Game, möchte ich fast behaupten. Was hat sich das Ding geholt? Oh, auch Death, okay. Na, wo ist er denn? Ah, schade. Ich kann ein bisschen Ruhe meinen Rektor hier machen. Äh, meinen Blue-Buff, sorry. Und da vorne muss ich es auch unbedingt wieder warden. Oh, Gott, der ist ja schon wieder. Uiuiui. Schnell weg, wieder. Schnell zurück zu meiner Base. Wie brauche ich denn noch? 1645. Dann kommt dieser fette Buff wieder. Ich kann jetzt nicht rausgehen hier. Die tötet mich einfach. Aber da vorne ist sie. She kills me. Oh. Nein, das gibt's nicht. Ah. Das ist jetzt maximal ärgerlich, Freunde, ey. Das ist... Oh, das hab ich aber auch echt nicht stark gespielt. Kaufen. Oh, Mann, ey. Das ärgert mich jetzt wirklich maximal. Oh, Gott, ey. Jetzt hätt ich echt besser spielen können. Kommt der fette Buff jetzt auch wieder? Ist jetzt wiederkommen, ne? Oh, da ist er wieder, der Bull-Baman. Da hält mein Mord da noch. Ja, ich glaub, das war's ja jetzt, Freunde. Ich hab keine Actives ab. Sie kann eigentlich durch mich durchbrushen. Der Phoenix war das Einzige, was mich da immer noch so ein bisschen aufgehalten hat. Okay. Sie macht das Ding gerade. Ich versuch's zu stilen. Yes, baby! Ganz wichtig, ganz wichtig. Ui, 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 ui. Ich kann leider nicht viel draus machen, weil wegen... Weil wegen ist so. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt aber back und dann direkt wieder hin. Ah, ich hätte mal ein... Ich hätte mal ein, äh, ein Wort mitnehmen sollen. Ah, nein, sie ist hier in der Mitte. Okay. Oh, nein, 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 nein. Das war's. GG. Ach, Mann, ey. Da hab ich mir jetzt aber auch einen Scheiß zusammengespielt, Freund. Das war... Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber. Gut, Kali ist natürlich sackstark. Ich hab den Anfang scheiße gespielt. Aber ich hatte eine Chance zurückzukommen. Und, äh, die hab ich nicht gescheit genutzt. Ah, es ist ärgerlich. Es ist einfach ärgerlich. Ich hoffe jetzt nur... Ich hoffe jetzt nur, dass ich in Gold 2 bleibe und nicht in Gold 3 runtergestuft werde. Dann bin ich... Dann bin ich salty. Aber auch nur dann. Ja, sonst bin ich gut drauf. Sonst bin ich sehr, sehr gut drauf. Aber die Kali hat's gut gespielt. Muss man einfach eher auch mal lassen. So, war ein gutes Match hier. Zack, senden. Bitte nicht Gold 3. Komm. Bleib... Lass mich in Gold 2. Bleib ich in Gold 2? Ja, okay. Ich bleib in Gold 2. Dann ist doch alles gut. Okay, GG well played. Da gibt's doch nochmal von mir. Ja, war ein spannendes, packendes Duell. Man merkt aber dann einfach auch, dass ich so Götter im One vs. One noch nie gespielt habe. Also, das ist wirklich mein erstes Mal für Vulcan jetzt. Da fehlt dann einfach so ein bisschen die... Ja, die Routine fehlt mir dann einfach. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt sauer, bis dann. Ciao, ciao.